So, wenn man Leute versucht irgendwo rüber zu schmuggeln. Wenn man versucht irgendwo rüber zu schmuggeln, vergisst man sie meistens in Containern rüber. Das ist das nicht. Das gibt es leider wirklich, ey. Ja, 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 das ist halt schon hardcore. Moment, hinter den Stamm in Deckung. Ja, ich kann mich ja jetzt nicht mit denen hier schlecht hinlegen. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Das sind nur Kinder. Was ist das, Idiota? Zurück zu deinem Ort. Die Soldaten sind in der Bereich gesehen. Was ist das, wie man sich auf dem Fusil hält? Was der uns jetzt nicht sieht. Der ist doch fix und fachsig und wir schleppen ihn hoch, runter, hoch, runter. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay, auf mein Zeichen, rennen wir zur Holzhütte. Jetzt! Nicht bewegen. Noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Hier ist Gras. Da ist er. Ja, und jetzt? Ja, ist klar. Geh, link. Geh, link. Bei der anderen wird mir ein bisschen schlecht durch die Kamera, ganz ehrlich, ey. Puh. Boah, mir wird er richtig schlecht, ey. Puh. Vielleicht soll ich mal was süffeln. Ja. Du bist halt. Sie sind direkt vor uns. Okay. Es geht los. Raus aus dem Gras. Das müssten sie echt mal komplett ändern. Das sind so dumme KI-Gegner. Die hätten es eigentlich... du schaffst das frank ich rufe perfekte ich kümmere mich um uns keine aufmerksamkeit erregung was haben wir in der hand der rpg rpg und sniper tierfalle nehmen wir uns mal auf kümmern sie sich nicht um die lokale politik du bist tot wenn du nicht genau das tust was ich sage stell das funke du wirst mich tut ich habe mich über den wichser stamm die amerikaner le stehe diciendo que no se muevan man hat man piensa que está en control pero él no es die waffen und ja ich höre bei gott ich töte diesen buster los americanos no saben nada sobre la lealtad Vielleicht, wir sollten uns demonstrieren. Du wohnst an! Aber da! Was ist denn das? Wo denn? Zeit, das ist doch was wir nicht haben. Was ist viel zu viel? Aber wo sind die denn? Aua! Was ist denn das? Aua! Ey, wo kommen die mal her? Weg damit! Ey, was ist das für eine Scheiße, ey! Zum Wasser hoch! Pfff! 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 So, her damit jetzt! Jetzt tut er jetzt wirklich nur noch ficken, oder? Wir müssen uns weiter verteidigen! Bring uns in Deckung! Mach ein paar hierfallen bereit! Mach ein paar hierfallen bereit! Was ist das für eine Scheiße! Es kommt noch mehr! Feuer! Feuer! Weiterfeuernhaft! Wir müssen jetzt den Platz schaffen! Sönerhaft! Wetter! Hör! Wir müssen da raus! Wir müssen da raus! Mögen! Hier! Wetter! Sönerhaft! Es muss ja was machen! Tönerhaft! Bring Wunsch in Deckung! Ja, immerhin war es zu hoch, war es zu niedrig? Was schwillst du von mir? Ey, sag mal! Geil, jetzt ist Geil, jetzt ist Schichtenschaft, ey! Du kannst es realisieren! Was ist denn da? Geil! Na los, Frank! Wir kommen raus! Nein! Scheiß Rossen! Verdammt! Kein Entkommen! Äh... Wenn man einen Schwarzen braucht! Na los! Da holt man sich gleich einen dicken Kumpel schwarzen! So! Wir haben mich nicht töten! So! Jetzt sind alle wieder dicken Kumpelhelden hier! Ja! Ihr könnt mich nicht töten! Wegen deinem Dad! Er hat alles für mich riskiert! Wir haben eine Freundschaft! Ja! Er ist genau wie du, Kleiner! Keiner wird zurückgelassen! So! Ja! Das war das erste Level! Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal online! Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal online! Tschaußen!